so herzlich willkommen zurück zu der spielplatz folge wir gehen es einfach weg und wenn rollix wiederkommt wird ein herzinfarkt und alles uns lieber nicht lieber nicht lieber nicht mit so gefährlich so 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 also hat jetzt unsere anlage das dürfte nicht aufgesaugt haben er wird dafür was weit weg und sehr wohl überall wie es aussieht ja ok schiuchzen Was ist mit dem los? Was schreibt denn da komisch jetzt? Whatever. So, das heißt, jetzt wird es richtig heftig. Wir brauchen hier eigentlich gar nichts. Da müssen wir alles bei unserem Haus machen. Denn hier haben wir die ganzen Farben, die wir brauchen. Wir brauchen eine Menge Farben. Und zwar, jetzt kommt es... Wir brauchen Rot. Im Zwischenfall werden wir einfach jeweils aus einem Farbdinger gemacht. Wir brauchen 252 Blöcke mit je sechs Farben. Wieso zusätzliche Berechtigung erlaubt? Die habe ich dem noch schon vor Monaten gegeben. Egal. Das sind 42 Blöcke pro Farbe. So, wir bekommen, wenn wir die jeweils mit dreimal weiß mischen, bekommen wir also das Vierfache raus. Das heißt, wir brauchen jede Farbe 11 Mal. Das heißt, wir rechnen mal mit 12 Mal, was das Ganze noch mal einfacher macht. Das würde bedeuten, wir brauchen jede Farbe 18 Mal, oder? Ja. Nein. Wir haben nur drei Farben. Das heißt, wir brauchen jede Farbe 24 Mal. 24 Farben jeweils. Das kriegen wir bei weitem nicht hin. Aber mache ich auch. Jetzt haben wir eine ganze Scheiße hier im Inventar. Ah, verdammt nochmal. Zugenäht hier. Weg. Weg, weg, weg. 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 Weg, 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 weg. Der erste Scheiß kann auch erstmal hierbleiben. Wir brauchen ein leeres Inventar. Denn wir werden so schon ordentlich Inventar-Management obwohl so viel ist es eigentlich gar nicht. So, zuallererst machen wir, wie gesagt, jeweils 24 Farben. Abgesehen von dem Weiß. Da brauchen wir wesentlich mehr. Da brauchen wir... 200... 24... 28... 48... 48... Ja, doch. Ja, doch. 216... Ne, haut nicht. Ja, wohl doch haut hin, weil wir bis zum Plus gerechnet haben. Oh, doch haut hin. Holy shit. Gut, 24. Auf in den Krieg. Ich hoffe mal, die roten Blumen haben sich mittlerweile ein bisschen vermehrt. Denn wir brauchen... Wir brauchen noch 20 mal Farbe, das heißt, wir brauchen mindestens 5 Blumen. Hier ist schon mal eine gewachsen. Oh, hier ist auch eine gewachsen. Äh, ich glaub, keine Ahnung. Tja. So viel Plus ist jetzt aber noch nicht. Gut, egal. Voll renn gesprungen, Alter. Geil, Digga, geil. So. Kommen wir uns hier noch 2 Blumen? Dankeschön. Achso, ich hab mir gleich gewachsen, ja, gar keine Blumen. Ah, ja, was das ist. So, dann brauchen wir... Ja, deine Mutter. Hier noch 2 Blumen. Äh, 20, 24, genau, müsste genau reichen. Und grün bekommen wir von... Was, Kaktus? Glaube ich ja, ne? Von Green nochmal... Kaktus, okay, Gras können wir auch. Achso, Gründinger auch, okay. Ach, das ist aber ein schlechtes Geschäft, wenn man bedenkt, was man alles braucht, um hier einzubekommen. Das ist ja schon heftig. Gut, wir können doch einfach massischer Blau und ein bisschen Gelb nutzen. Gelb haben wir auch ein paar. Andererseits, wir haben so viel Kaktus, ganz ehrlich. Dann nehmen wir einfach den Kaktus. Da brauchen wir aber 3. Äh, muss ich ja, aber es ist ein Kaktus. Das ist ja nice. So, dann brauchen wir noch 216 Mal Weiß. Das heißt, wir haben 82, 214, 214. Nee, wer kommt da draußen? Wenn das 132, kommt das hin? 132, plus 82. Nee, kommt nicht hin. So kommen wir hin. Nee, ich brauche es 216. Oder das waren wir? Was war es 214, richtig? Nee, kann nicht richtig sein, 216 muss. Genau. Weil wir brauchen ja 3 mal 72. Achso. Genau. Ja, also brauchen wir noch 134. Und 134? Durch 4. Sind wir bei 34. Also was auch immer wir nehmen, wir brauchen 34 Mal. Ich glaube, da kriegt man irgendwie Knochenmehl, ne? Achso, nee, weiße, Blumen gehen auch. Okay. Oh, nee, Knochen geht gar nicht. Ja gut, okay, aus Knochen bekommt man ja dieses Bonenmehl und daraus bekommt man dann das, ja. Also, Knochen gehen auch, nur halt immer einen kleinen Umweg. Haben wir denn so viele? Ja, eben doch, weil es Blumen war ja hier massig. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich klaue hier noch ein paar rote und die weißen, damit ich die weißen nicht hier noch weiter ausbreiten können, da haben die rote hier ein bisschen mehr Platz. Weil Hand aufs Herz, wir haben definitiv genug weiße Blumen. Das ist ja hier, guckt euch mal an, wo ich das jetzt tatsächlich für die Pest. Das ist ja, das ist ja, das ist krank. 33 hatte ich gesagt, ne? Wir brauchen 33. 33. So viele weiße Blumen. So. Immer nicht mal 34. Weil ich glaube, das war irgendwas mit 33, noch was, ne? Wir haben Hunger und wir haben kein Essen. Scheiße. So. Der spack ich nach da und nach da. Und dann... Achso. Dann drückt er wieder alles hier. Vielleicht muss man wirklich die Zeit nehmen, die ganze Erde hier komplett gegen normale Erde auszutauschen. Damit es auch wirklich grün ist und nicht diese komischen, kahlen Stellen. Sieht ja aus wie bei mir auf dem Kopf in 20 Jahren. Nein, 2 Jahren. So. Sollten wir genug Pflanzen haben. Kann ich eben... Ich kann auch einfach hier die Scheiße bei mir in den Momentar klatschen, ne? Braucht nicht alles hier durch dieses Dingster-Boomster-Jahren. So geht es viel schneller. Das dauert ja ewig, bis wir damit fertig wären. So. 24. Ah, genau hier auch noch. Äh? Achso. Äh. Okay. Danke. Ich war gar nicht mehr bei mir im kräftigen Menü. So. Das sollte passen. Jetzt folgen. Jetzt muss ich überlegen. Halt. Stopp. Wie war die Rechnung? Oh mein Gott. Sieht mal 9 mal 4. Genau. 255. Äh. 252 durch 6. 242. Durch 4. 10. Also 12. Genau. Und das haut mich auch hin. Das ist nämlich ungefähr die Hälfte. Das heißt, das muss weg sichergestellt werden. Das muss sichergestellt werden. Das muss sichergestellt werden. Weil wir brauchen jede Farbe 12 mal. Und dass 12 übrig bleiben ist auch genau richtig. Weil mit denen müssen wir nämlich jetzt mischen. Das heißt, die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. Bis dann nicht gelb rauskommen. Ach ja, ist ja hier subtraktive Farbmischung, keine additive Farbmischung. Äh. Eben, das ist ja Magenta, nicht Rosa. Äh. Wie kriegen wir denn gelb hin? Äh. Ich hab grad voll mit äh, mit, 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 mit additiver Farbmischung, also mit Licht, gedacht. Scheiße, hier, hier, hier ist ja subtraktive Farbmischung. Mmh, das ist ja unangenehm. Ach, das ist ja richtig unangenehm. Das ist ja kacke. Scheiß ein Deck. Ja, Magenta brauchen wir nämlich, Magenta brauchen wir nämlich, nämlich gar nicht. Wir brauchen, wow's, Maui. Rosa. Wie, wie wird man mit Rosa? Weil eben, verliebt mich auch noch Lichtfarben. Deswegen dachte ich, ja, easy. Aber, nee, nicht easy. Wir brauchen gelb. Gelb, ja, gelb geht nur durch Pflanze. Äh, Cyan geht durch Grün und aber Grün und Blau haben wir doch. Ah, nee, haben wir nicht. Okay, das ist richtig. Das macht er nach, nach additiver Farbmischung, weil bei, bei subtraktiver Farbmischung ist Grün und Blau nicht Cyan und nicht Cyan. Oder? Nein. Da müsste auch eine ganz dunkle Farbe rauskommen, bei subtraktiver Farbmischung. So, würde ich von über die Läufe nehmen, ich habe die Falten in den Stack gerade genommen. So, was ist denn tu draus? Ja, da war es Magenta. Was soll's? Ähm, hier ist nämlich auch Blue und Red Magenta. Das passt. Das ist nur gelb, was nicht funktioniert. Wow. Das heißt, hier und hier nutzen sie additive Farbmischung und hier nutzen sie aber subtraktive Farbmischung. Okay, aber na gut. Das heißt, ähm, wir haben alles außer gelb, weil gelb auf einmal anders ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Genau, das haben wir, das haben wir und gelb wird noch. Das heißt, wir brauchen auch noch drei, nein, doch, drei gelbe Blumen. Oder haben wir gelb? Ne, haben wir nicht. Aber du kannst da hin, du kannst da hin, so. Da ist alles hier unten hin. Äh, gelb. gelb haben wir auch nicht so viel. Äh, wir müssen irgendwie mal wirklich so ein richtiges, ähm, so eine richtige Kontivierungsanlage hin klatschen, wo wir einfach so mehrere Beete haben, die voneinander abgegrenzt sind, also auch wirklich räumlich ein bisschen auseinander, wo wir pro Feld eine Blume anernten, sodass halt alle Blumen die Chance haben, sich auch auszubreiten und nicht hier irgendwas dominiert und dann einfach den gesamten Markt, Markt leer kauft. Was? So. Jetzt haben wir Alice. Okay, wer brauchen wir, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir folgendes machen. ähm, du, eigentlich war ja kurz du und du und du, ihr könnt alle rein, machen wir drei draus, wo ist es drei? Da ist drei. Du kommst noch da. Ähm, so, das müsste richtig sein, ne? Bitte sei richtig, sonst beiß ich mir gleich, äh, irgendwo hin. So, das haben wir ganz viele Farbe, Stoffe, zwei bleiben übrig, also die Rechnung geht auf, die können auch hier mit rein. Bam. Und jetzt, kann man bloß noch massig Holz. Ein Glück haben wir massig, ja gut, so viel massig Holz haben wir jetzt nicht mehr. Äh, 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 wir brauchen 250 Holz. Ne. So, das sind schon mal 200. Und das sind 250. Wow, geht ja perfekt auf. Respekt. Wer es selber macht, Tom Baumarkt. Äh, vier da haben wir, du nach da, du nach da, du nach da. Bam. 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 Alles. Ich muss euch niesen, ey. Ich muss euch niesen, ey. Boah. Irgendwann nicht niesen möchte, einfach mit Daumenzeigefinger, und bin so ein bisschen an der Nase lang streifen. Und wenn man Bewegung nicht erkriegt, dann kann man gar nicht sprechen. Und von dem wie jeder. Ne, weil dann, äh, dadurch überreizt du die Nase und sie kann sich nicht mehr auf das Jucken konzentrieren. Äh, ergo, musst du auch nicht mehr niesen. Funktioniert nicht immer, aber meistens. Ne, also wenn du, wenn du jetzt, und du niesen möchtest, statt so, statt dass dir die Augen rausquillen, weil du es unterdrückst, einfach auf die Nase rein. Boom. Fertig. Schon muss nicht mehr niesen. So. Boom. Aukit. Weißt du, wieso habe ich falsch gerechnet? Mööö. Ach ja, eben, wir haben ja genau genommen überall zu viel Blöcke. Etwas zu viel. Gut, da brauche ich also nochmal 36 Mal Holz. Gibt mich Holz. So, schwuppdi-dups. Und, oh, das wird geil, Leute, ey, das wird richtig geil, ich sag's euch, so wie es ist, einmal nachkäumen. Ey, das wird das Beste, was wir je gemacht haben. wenn wir so viel Holz haben, also rein normales Holz haben wir echt nicht mehr. Wir müssen manchmal wieder auf Holzsuche jagd gehen, Dings gedöhnt, bumm. Leider ist Baumfarm bauen halt echt schwer, ne? Siehe Überreste von Beweisstück A. Ja, gut, so viele Überreste gibt's nicht mehr, außer die Schande. 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 Er ist auch jetzt in Schande, aber leider bin ich Schande. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Erstmal hier in die richtige Reihenfolge bringen, bevor ich mir da selbst, äh, die Karten lege. Das ist rot, ne? Dann kommt, nein, dann kommt gelb, grün, zion, blau, und dann gibt's hier wieder, genau, so müsste das richtig sein. Du kleiner Schwein, ich glaube, ich hau dir eine... Was? So. Oh, jetzt wird's spaßig. Ähm. Wir gehen nach links, ne? Das heißt so. Oh, Leute, das sieht jetzt schon aus für Kindergeburtstag. Achso. Das ist blöd. Das ist doch kacke, das ist doch... Ah. Am liebsten würde ich jetzt meine Leiste auf 6 runterstellen, äh. Äh. Genau. Nein. Ich würde jetzt gehen wir nach rechts, äh, nach links. Ich würde eigentlich nach rechts weggehen. Hm. Ich würde es, glaube ich, bevorzugen, wenn es nach rechts weggeht. Also wenn es zu uns hingeht, nach rechts, ne? Wenn es das weggeht, nach links. Also dass es halt so geht und nicht so. Ja. Das könnte mein Herz nicht ertragen. Also wenn es mal kommt kurz hier, äh, daxt. Und richten mal hier ein paar Dinge. So, das heißt nämlich, im Klartext, wir müssen hier mit Gelb anfangen. Nein, nicht. Wir müssen mit rosa anfangen. So, was ist denn schon draus? Ja, jetzt ist richtig. Oh, jetzt müssen wir mit blau anfangen. Ey. Oh, Leute. Was tun wir eigentlich? Ich kann gerade nicht ein bisschen reden. Ich muss mich gerade voll konzentrieren. Nein. Jetzt kommt der Kopf an zu pfeifen, direkt alles kaputt. Und dann ist es mir alles kaputt. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer jetzt irgendein Schaf oder sowas anfängt, hier rum zu belken, dann was Wasser war. Dann geht es über Tot- und Kahlschlag. Fick mir eine. Und, passt das hier an der Kante? Ja, passt. Perfekt. Boah, sieht das krank aus. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Holy shit. Okay, das ist schon, das ist schon, das ist ja, das hat ja, das ist ja, wow. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu bunt ist. Das ist ja, das Rolime ist halt noch heller, ne, weil das ist halt, eigentlich ist das auch immer noch zu bunt. Eigentlich müsste man das noch heller machen. Das Rolime ist halt mehr als drei weiße Farbdinger, geht ja nicht, ne. Da bräuchte man wirklich noch, dass man noch, also ein Rot und dann plus vier oder plus fünf weiße Dinger, damit es halt noch mehr weiß ist, also noch blasser. Aber, also, ey, das ist, das ist dezent krank. Wow. Ja, okay, zweite Seite kommt in der nächsten Folge. Von daher würde ich mal sagen, bis dann.